Willkommen zurück! Ah, jetzt willkommen zurück. Ich bin auch da. Hallo. Auf Matzes Geheiß skippen wir die Diamantensucher auf Level 3 auf später. Und machen weiter mit Symbols. Ich hab das Gefühl, das scheint dem Server irgendwie nicht zu gefallen. Und es könnte halt sein, dass der Level einfach nicht funktioniert. Ja doch, gestern hat er funktioniert. Das probieren wir mal. So, du musst dir jetzt dieses Symbol hier einprägen. Oh Gott. So ein Joystick, der kaputt ist. So ein großer Joystick. Ein Pokémon und ein Dreieck. Ja, okay. Und ne Schnecke. Ja, das ist ja das Pokémon. So. Magst du drücken? Auf den hier? Ja. Ich würde mich dann aber in die Mitte stellen. An deiner Stelle. Ja, ich versuch's. Ah, ah, ah. So, und du musst jetzt da, wo das richtige Symbol ist, durch die Lava fallen. Oh, heilige. Ah, verdammt. Äh, da, 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 uah. Ach so, durch die Lava. Ja, durch die Lava. Hab's drauf, merkt man. Ja, 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 ja. Äh, und nein! Das wird noch viel schöner, Matze, das kann ich hier sagen. Ja, ich weiß. Das ist jetzt schon schön genug. Na, uah, was? Ah, uah. Der Level hat nicht gespawnt. Ich hab gar nicht gesehen, wo ich hin sollte. Oh, Mann, oh. Immorgneet. Ich bin durch. Ja, ich muss schon mit haben. Halbangeber. Äh, jetzt brenn' ich. Boah, das macht ja nix. Äh, nee. Scheiße. Keine Ahnung. Ach, leck mir doch die Popherze hier. Das ist ein Scheiß. Der kommt auf so'n Quatsch. Der, wie, wie heißt der Level-Hersteller? Und dann hier der kaputte Joystick. Nee, der große Joystick. Ach, nee. Leck mich doch am Arsch. Äh, irgendwas mit Bernd oder so. Ihr habt schon 20 Fades. Das ist doch Scheißdreck. Äh, 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 äh. Vielleicht der hier? Nee. Guck dir doch einfach die Symbole nochmal an. Ja, hab ich doch. Mach doch ein, ein nach'm andern. Es geht nicht. Ist kaputt. Da kommt dieser riesen Pimmel. Da bin ich reingefallen und dann sagt er, nö. Ist falsch. So. Und dann kommt der riesen Pimmel. Und dann geh ich rein. Und dann sagt er mir, weil ich daneben falle. Glaub ich. Ach, keine Ahnung. Mann! Das ist hier ein roter Knopf eigentlich. Was passiert, wenn ich da drauf bin? Dann kommst du wieder zurück zum Start. Oh, nee. Das will ich ja nicht. Äh, äh, äh. Hä? Das ist doch das Richtige. Wieso geht das nicht? Ah, da. Hm. So. Das ist der Pimmel hier. Nee, das ist ja nicht. Da oben ist auch noch eins. Scheiße. Äh, dann vielleicht der hier? Keine Ahnung. Nee. So ist denn da oben noch eins. Das hab ich nicht gesehen. Ah, okay. Ich dachte vier Wände, vier Symbole. Nee, sind's fünf. Hahaha. Oder dass ich das nicht schaff hier. Wo ist denn dieser Scheiß? Da. Okay, dahin. Und dann. Wo ist der riesen Pimmel? Da ist der riesen Pimmel? Zack. Und dann. Äh. Dreieck. Dreieck. Da. Wah. Da. Und dann. Äh. Da ist er. Da, 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 ah Wo komm ich denn hier raus? Aua Einfach hier aus den Ecken Nein, das möchte ich nicht Gut, okay, und nun? Jetzt müssen wir wieder hochspringen und die Kiste holen Dafür holst du dir die Sprungkraft Stellst du hier auf den schwarzen Block und springst hoch Arsch Ja, das klappt ja super Äh, ja, ne Ja, auf der Tastatur rumhämmert Ja, ne, hier ist er nicht Das müsste aber klappen Au, au, oh, doof Äh, Moment Das ist so nicht richtig, was ich hier Au, ach Wo ist es denn? Wo ist denn hier jetzt der richtige Böppel? Da, da muss ich rein Hüpf da drauf, aber es geht nicht Ich komme nämlich durch Ich versuchte in Lava zu schwimmen Ja, das ist nicht so gut, ne Na, doch, da, genau, ja, okay Versteht nicht Hier sind ich So, ich hab's Du hast es, ja gut Und ich Ich bin, glaube ich, ein zu hoch gesprungen Bin ich ein zu hoch gesprungen Du musst, äh, ganz hinten rechts Übrigens Warum geht denn jetzt meine Maus gerade nicht mehr Ah, jetzt geht sie wieder Okay, jetzt werde ich natürlich auch sterben Ja, ich bin ein zu hoch gesprungen Natürlich auch eine Aussage Äh, hier Wow, wow Hier Musst du Dich mit Warte kurz, ich bin Quitschstern Äh, ja Hier, auf den Block Musst du dich stellen Okay, und dann Fliege ich hoch Meine Maus macht gerade nicht das, was sie soll Ah, ja, okay Äh, wow, wow Ja, das war eins zu hoch Jetzt ist es auch nicht Voll Was ist das für ein Kack Die Ebene unter der obersten, wo du rankommst Da bist du richtig Die, die zweite quasi Die Linke aufs Richten Ah, schnüfflich hier alles durch die Gegend Da ist sie doch Ja, scheiße Das kann man doch nicht schaffen, den Rotz hier Natürlich kann man das schaffen So, hoch da Und der runter Und dann eins vor So, ups So, und nun? Hast du es jetzt reingetan? Ja, sicher Ja, gut, dann können wir jetzt raus Aus dem Level Verbrenne Äh So, toll Warte, hier nochmal der Knopf Der ist hier hinten irgendwo unten Im Bereich So, wo die Ach, da ist er Ganz versteckt So, okay Das war Level 4 Ja Ach, guck mal Wie schön da die Lampen leuchten Und zum Baum Level 5 The Tree Da steht nichts Na super So, du hier Ich bin da Ich bin da Ach, jetzt sehe ich das schwer 2, 1 Wow Wow, what the fuck Are you Was? Was? Stopp Das soll nicht mal ernst sein Was soll das sein? Wie soll ich denn da hier irgendwo hin? Da ist so nichts Ach doch hier Ah, wow War ja gar nicht so schwer Ne, das ist auch gar nicht so schwer Ja, aber jetzt die scheiß Diamanten finden Das wird schwer Ich weiß, wo sie sind Wo ist denn? Ja, du hast ja auch gecheatet Egal nicht Hast du geguckt? Hab nicht geguckt Hast du dir eine Folge angeguckt? Ne Bis hierhin habe ich nicht geguckt Aber ich weiß, wo sie sind Was ist denn hier jetzt los? Was steht denn hier? Find the diamond in the night and the level Okay Okay, hier geht's Fällt dir was auf an dem Baum? Denk mal nach Guck dir das mal an Ja, das ist ein Baum Ja, noch was? Nö Da ist ein Essenskorb Vielleicht da? Wo denn? Auf dem Tisch? Ja Meinst du, ist nicht richtig, oder was? Ja, doch Könnte sein, meinst du? Ne, ne, ist richtig Oh, scheiße Jetzt hab ich scheiße gebaut Man, wie soll ich denn da? Das hier, das doch Boah Es ist zum Es ist Nee Nee Einfach nicht Nee, nicht Das ist unmöglich Wie soll man da hinkommen? Vielleicht muss man da auch gar nicht ganz rüberspringen Aua Henne Ich hab 33 Fades Das ist doch Da ist doch was kaputt hier alles Eigentlich hier Es funktioniert Man Das ist völlig ja 34 Das kann doch nicht richtig sein Ich gewinn doch sonst immer Bei allem Ich gewinn doch sonst immer Doch pro Gamer Ja, ESL Auf jeden Fall Indie ESL Nein Doch Das ist doch zum Häuser War fast da Ah Boom Fast da hilft nicht Ich muss da ganz hin Das geht nicht Kreis So So Machen wir vor wie so ein Bunny auf Crack Wo bist du denn gerade? Boot Siehst du das Vogelnest? Ja sicher Wir kommen doch mal hin Ja Das sagst du so einfach Ja Wo ist denn Vogelnest? Ich werde das überhaupt keine Ich bin bestimmt gleich wieder tot Ja sicher Nein Wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Ich find das lustig Du findest frustrierend Ich mach es nicht Ich mach es nicht Jetzt ist mein Shit schon wieder leer Hier ich bin im Vogelnest Aber leider tot Als ich Leiche mitschleifen Ein Schwachsinn Tack hier Doch Kommt man nicht hoch Wieso ist das denn gehen? Hier so zack Fall ich wieder runter Zack tot Yay Gleich hab ich 40 voll Kann ich mir dann auch nichts kaufen Aber ich kann sagen Ich hab 40 Yay Ich bin gleich da Soll ich die Schmach beenden? Nein Ich bin auch jetzt auf dem Weg Ich bin im Vogelnest Und dann hüpfe ich hier runter So Dann? Den Kürbissen folgen Guck Der Pumpkin Ja wo ist denn hier der nächste? Ja du musst sie umgucken Ich sehe keinen Hier ist keiner Hier ist kein Pumpkin Natürlich Da sind überall Pumpkins Ich sehe keinen Guck in die Richtung vom Nein du läufst doch vollkommen falsch Nein Das ist richtig Geh wieder zurück zum Schild Soll ich denn da hochkommen? Guck mal um den Baum rum Geh mal zurück Ich kann nicht zurück Ich kann nicht zurück Doch der ist noch Aber da komm ich nicht hin glaube ich Ja tot Ui Soll ich's beenden? Nein Na gut Du hast die Scheiße ausgesucht Jetzt musst du auch warten bis ich's kann Weißt du was hast du denn heute so gemacht? Ausgerastet So gut geht der A5 runterzuladen Das ist ne Scheiße Ich sag's dir Da kotze ich im Quadrat Das Spiel ist geil Das ist mir auch wert drauf zu warnen Aber Preload Weißt du Ich kaufe das Spiel im Prekram Fick dich ins Knie Und dann Habe ich hier so ein Preload Und lade das über den Social Club runter Der sowieso schon ne Pest ist Und dann lade ich den Kack runter Und was ist Äh Ja Erstmal dauert es Vier Tage Um 60 Zigarbeiter runterzuladen Vier Tage Das ist schon mal Das schon mal nicht schlecht Lekt mich am Fuß Macht zum Ende den Scheiß hier Ähm Ja Vier Tage Und dann ist das fertig Und ich hab dann mit so einem Workaround Darum gefiddelt Damit das halbwegs funktioniert Und dann ist das fertig Und dann Ja corrupt game data Bitte neu runterladen Jetzt bin ich gerade wieder dabei Jetzt bin ich bei 55 und 60 Gigabyte Weißt du Es ist Ja super Hast du jetzt den Diamanten oder was Ja ich hab den Diamanten jetzt Komm ich denn jetzt raus Wo ist denn hier der Ausgang Marc Mann jetzt bin ich in so einem Scheißgemüse gar nicht Komm mal Komm mal zu dem Picknick Tisch Was weiß ich wo der ist Der ist gigantisch Wie kann man den übersehen Ich seh doch Blumen und einen Baum Komm mal Ja also auf jeden Fall Sehr nervige Angelegenheit Diese ganze Geschichte Ja vier Das Schöne ist Die Leute die es bei Steam gekauft haben Hier drüben Wo drüben Ich seh nichts Hier sind alle Blumen Hier Aus hier Ich seh nichts Wo denn Du siehst doch meinen Namen Nein seh ich nicht Ne guck dich doch mal um Ich seh deinen Namen nicht Geh mal den kleinen Hügel rauf Richtung Baum Ja genau der Ja ok Ja hier ist so ne Wand Ja guck mal Jetzt müsstest du Dreh dich um Dreh dich um Hier drüben Ich seh dich nicht Hier drüben Ich seh dich aber Ja ich dich aber nicht Ach komm her Ich hol dich ab Schatzi Meine Fresse Hier gucke mal Hallo Hier Ich seh dich nicht Sag mal Bist du scheiße in den Augen Hier Meine Fresse Ja man hier ist alles grün Keine Ahnung Ich mach Du kannst ja nichts machen Ne Da kannst du nicht viel machen Ne So was alter Lupe So Hier gucke Da drückste drauf Rauchst du ja aus dem Scheiß Alter Das ist ein Käsequatsch So Wir gucken uns den nächsten Level noch an Weil das möchte ich gerne sehen Und dann Ist die Folge vorbei Aber angucken tun wir uns Genau alle Fälle nochmal Embryo Na das klingt ja Einladend Ne Sexembryo Boah What the Was Zur Ja Reicht auch mit angucken Ich will sie nochmal sehen eigentlich Wir müssen in seiner Hand landen Da ist Wasser Ja in der zweiten Und da hab ich Wolltest du den nur angucken Angucken ist aber jetzt schon vorbei Alter mir wird schlecht Boah Ja 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 und jetzt müssen wir hier noch runter Und dann Aber das machen wir in der nächsten Folge Ja genau Dann macht's gut Tschüss Tschüss Ja Tank ok